zu let's play Mario Kart Double Ash Was ist denn los, Captain Red? Ich hab keine Trophäe gefunden Oh, du hast keine gefunden? Dann sagten wir uns langsam mal eine verdienen, ja? Ja, eine verdienen, ich mein, ich verbrügel die anderen, das ist mir scheißegal Ja, das sowieso Aber, nachdem das ja gestern ein bisschen schief ging Also, Varius, Mutigeal ist recht Jetzt ist es so die Frage, probieren wir es nochmal mit dem Blumenkopf oder gehen wir gleich weiter erstmal zum Sternenkopf? Ist mir egal, ich will eine Trophäe, ich will sie gut Machen wir erstmal weiter Gehen wir mal zum Sternenkopf und schauen einfach mal, was das für eine Katastrophe wird Naja, das kannst du laut sagen Deswegen sag ich auch, das wird eine Katastrophe Und Wieso klappt dieses Ding? Ich weiß jetzt, manchmal hat es geklappt, gell, aber Mist Lieber mal aus dem Ruh Oh, da kommt schon rein Ich hab sie geboxt Geboxt Ja, so groß Oh, piz, 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 oh, zick Mist Uah Ich wollte das Item Hm, da kannst du hinten ein paar Bombe! Ähm, ja Das war eine sehr gute Idee, uns in diese Bombe zu schlagen Gell? Fand ich auch Ich find das total genial Ja Das wird eine Jetzt hab ich uns auch nochmal in die Boah! In die richtige Richtung geboxt Ich glaub jetzt brauchen wir dringend Items wie Sterne Wir haben die Scheigeis gerade mitgehauen WAH! Die Scheigeis fanden uns nicht gerade ganz so lustig Und so fast immer noch wie eine gesenkte Sau Ja gut, was soll ich Wow Ähm Ok, also ich seh schon, das klingt schon mal katastrophal Ja, das isch Wow Das isch Eur Riesescheiß Jetzt kommen wir gerade aus euch Ja Mästig, was ich Ich will das Ding einem mitgeben Definitiv So, die letzte Rotte Wir sollten uns jetzt echt hinhalten So Geputscht, geputscht Müssen wir uns echt mal langsam hin Al Ich wollte das nicht haben Nicht die Banane Ich mag Banane nicht Ja gut, jetzt musst du sie aber hinnehmen Also, das fängt ja schon wieder an Du, da könnte man doch schon von der Ofer rein Ach, Quark Aber auch wir sind los zu schlagen Dann kommen wir auch vorwärts Ich schlag nicht schon los Ich schlag nicht schon los Ja, meine Leute, damit fangen wir Hervorragend an Wir sind nicht letzter Wir sind nur einfach vorletzter Das ist nicht Du bist schuld Nein, du bist schuld Ich hab's doch genau gesehen Du bist schuld, du bist der Fahrer Und du bist schuld Du machst einfach nur Pflege Die mir nicht helfen Ey, verbrüll die Gegner Das hilft uns Ne, Bombe ist kein Gegner Das war Frederik Nein, das war Horst Ich hab Frederik sehr lieb Er heißt nicht Frederik Ja, das war Frederik Außerdem, warum stehst du auf männliche Bomben? Weil er ein Loch hatte Ja, das hat die Bombe sicherlich gehabt So, wir fahren diesen kleinen Weg hier Der uns zum Dritten Und da sind wir Benedikt, Benedikt Nein, hat nicht geklappt Aber wir haben das Doppel-Item Also, du fährst echt immer noch wie eine exenkte Sau Jetzt hört man die ja auch Wir sollen ja gewinnen Nicht mehr dir Oh, warte, warte, guck mal Er hat den Pilz etwas zu früh eingesetzt Ich wollte mir leider, dass ich's verballert habe Ja, du hast wirklich die geballert Ich muss mal kurz pupsen Ja, das merke ich Zeus Oh, du Gott Oh, ne, sag mal Ah, komm Jetzt haben wir die erste Strecke so verkackt Okay, ist es eine Eisstrecke Das kann passieren Aber hier dürfen wir jetzt echt langsam nicht mehr verkacken Das ist ja nicht mehr normal Wir hätten theoretisch eine Ampel Eine gelbe Ampel umgefahren Nee, gelbe Ampel Naja, das war ja Du weißt schon, dass du dich eigentlich an der Regel halten musst Nein Nicht in Mario Class Komm, komm Wow, nein Die Bombe hatte ich heute Ich hab die Bombe nicht erwischt Ach, so gute Güte Das war Marie Antoinette Ja, Marie Antoinette, die Bombe Ja, das sind Fake Babys von mir und meinem Arbeitskollegen Okay Okay, eigentlich das ist ein Real-Abo Du willst mir also weismachen, dass Bombenautos auf den deutschen Straßen fahren Wir können es testen Aber nicht mit meinem Auto Na gut, ich hab gar nichts Aber Selbst wenn ich ein Zettel hinein Nimm einfach das Auto für den Fahrt Das funktioniert albernfrei Du nimmst den Galgen in Kauf Okay So, wir haben jetzt hier noch die Runde Komm Geblockt Und jetzt hat es los Wohoo, wir haben den Ersten Erst Zipter, dann Erster Das ist natürlich auch mal ne Sache Das muss man doch mal hinkriegen Oh, aber echt Na gut, wir kriegen jetzt immer elf Punkte Und können Zweite Mal verdienen Ganz sicher nicht Doch Ganz sicher nicht Doch Ganz sicher nicht Ganz sicher nicht Ah, hier kommt ne Driftstrecke Und nein Doch Niemals So, aber ich Das mag ich hier ein bisschen an der Strecke Man kann hier schon Du eifstet Wenn der Depplicher dauert Irgendwo einen rausschmeißt Ja, du Weißt, ich will die Gegner runterboxen Und wenn du runterkriegst Vor allem wenn er kein Gegner ist Da war ein Gegner Nein, da war ein Gegner Wir können da wieder reingucken Kein Thema Natürlich, das machen wir auch Ja 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 Ah, mies Meins Nein, nicht Wieso nicht Das ist Marvel Luigi Das ist egal Du solltest schlagen, wenn du daneben bist Nicht, wenn du davor bist Und du solltest auch Items kriegen Mario 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 Kommst du? Ich habe Items für dich geklaut Auch ne E-Mail, das ist immer praktisch Naja, auch fast immer praktisch Ja, toll Jetzt haben sie keine Items mehr Vielleicht kriegen wir jetzt ne Filzerdosa Oder noch ne E-Mail Das sitzt natürlich dann so ne E-Mail Ach, Bernd, Luigi und Baby Mario sind das Ach, Bernd, Luigi und Baby Mario sind das Der erste Also der muss ja unter Dauerbeschuss grad stehen Das ist der Wahnsinn Der die das erste Stimmt, da ist so ne Sache Oh Geblitzt Oh Geblitzt Oha Oha Das ist schön Nein Gegner weg zu punchen Während ich im Drive bin Und dementsprechend ins Wasser falle Und dann Donkey Batman fahre Ja Yo Du weißt es voll drauf, Digga Ich würde ja jetzt doch Äh, okay, komm, sag ich schon Obelix zitieren, aber das wär langweilig Ja So, Huawei, komm, so dürfen wir uns jetzt, das passt, okay, ihr könnt alle stehen bleiben, Bots, wir haben es schon gewonnen, das ist okay Ja, genau, jetzt haben wir schon gewonnen Ja, ja, das ist jetzt schon durch, ist schon durch, ja, ja, die können jetzt ruhig stehen bleiben, Finde ich, ich mein, sollen sie uns doch in Ruhe einfach mal machen Ja, da hab ich ne Banane Ne Riesenbanane Deswegen hab ich auch die die genommen, weil das hilft eigentlich ganz gut Drei Grüne sind da manchmal gut, aber manchmal nicht, ne Riesenbanane hilft meistens Wenn man weiter vorne ist, muss man sagen, so anmerken Ja, wir springen ein bisschen Oh, da sind welche aber abgerutscht Und die sind auch noch in unserer Banane, wie es aussieht So wie es aussieht, so wie es aussieht Ja, ich geh mal ein bisschen näher an Haha, der hebt sich mit einer Hand auch noch fest Und hat in der anderen das Item Und er hält es fest, also Nicht schlecht, nicht schlecht Erstaunlich für so'n Fett, sag ich mal so, guck mal, die Sachen glänzen ja rund Meine Güte, ich glaub, Mario hat wirklich so'n bisschen so'n Sauberkeitsfinde Bist du dir aber sicher? Ich glaub, schon ein bisschen irgendwo Das ist einer der typischen Person, wo man so Hahahaha, wo man es gar nicht so glaubt Aber am Schluss ist das genau die mit dem schlimmsten Fimmel Manche hat auch ein Fimmel manchmal Ja gut, der ist ja auch der Chef Der muss ja viel putzen Weil der dein Chef ist Chefs müssen immer viel putzen Die müssen ein Vorbild Wir hinterher putzen, meinst du? Gut Oh Pfff, das hat so'n viel gebracht, diese Rote Wackelersch, wackelersch Weißt du, was mir noch fällt? Schicke dumm, schicke dumm, ne? Da war sie, die E-Mail Da war sie, die E-Mail Ich hab mich schon gefragt, wo bleibt sie? Äh, hinten Ja Ja, da hinten, gell? Da Nur, zur Korrektur, du sagtest hinten, nicht hintern Hinternet Das Hinternet Naja, wenn man da so manche Pornoseiten anguckt Dann ist ja irgendwie Hinternet Aber gut So, jetzt noch mal noch eine schöne Banane UAAAH Du bist schuld Nein Doch Niemals Jetzt immer Dritter Ja Mann Du bist scheiße Du bist auch scheiße, danke Tja, und damit haben wir's Noch gerade für die Bronze Trophäe geschafft Ich will aber ne Gold Trophäe Da musst du ja eine kaufen gehen Nein Ja Nein Nein Die musst du kaufen gehentes Ich will das Demein Oder du tust Oder du tust Hey, warum hast du eigentlich einfach den ersten abgeschossen und hast dir selber die Gold Trophäe genommen? Ja 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 Ja